da ist ein bär das ist jetzt was gibt es hier weißer hieß waren unter schlupf kommt irgendwie hoch komme ich da irgendwie hoch wer kann mir das sagen ja das ist doch vielversprechend aus aber auch nicht ach gott hat sie das blöd kommers her das ist doch schon genug gefressen ich will dich reiten das ist aber geil aus es wäre cool das stehen würde headshot das würde ich echt feiern eigentlich ja lalala das braun wäre der jetzt glück gehabt reite ja 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 alles nur kein vogel bitte nicht da ist er k wir müssen die hand ja 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 wiane ja ich 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 zum nächsten punkt na bing is in die stein wo die hand drauf ist jawohl die höhle habe ich hier dann gehen wir dahin die eine belohnung und und was haben wir hier dorf mission für die wer die vorräte für das auch sammeln wollten nee ich gehe dahin ich mache das da wieso ist das so mittendrin irgendwo oder test das kann ich auch machen ich mache das so mittendrin das mache ich schnell ok weiter geht es dahin 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 die bestie töten wie komme ich jetzt raus geschafft problem gelöst okay schauen wir mal was verbessert ich töten muss ob ich was spektakuläres und nicht so können werden oder so nehmen wir das mit jo jäger versteck ach komm tötende suche den träger ja das war's ein einziger ein einziger belohnung wildschweine zerstören die hütten der venja jage sie um ihre zeit zu verringern wildschweine ok ist jetzt nicht die weltbewegende aufgabe die ich erwartet habe also nicht die die Blöde Schweine hat mich verarscht. Boah, lag war der gut. Boah, der Bär ist ja voll schlau. Boah, da. Oh man, das ist ein Bär und kein Wildschwein. Oh man, das ist ja voll schlau. Oh man, das ist ja voll schlau. Oh man, das ist ja voll schlau. Oh man, das ist Pfeile hier. Der ganze Wald brennt einfach. Das ist einfach alles. Sehr gut. Jetzt würde ich nur gerne, wo die Schweine sind. Ist das ein Schwein? Du bist ein Schwein. Du kriegst ein Headshot von mir jetzt. Kopfschuss tot, ja. Da ist noch eins. Wo ist denn das Schwein da hin, Mann? Der blöden Schweine. Oh ja. Wobei. Gehe ich zum Jägerversteck. Scheiß drauf, ich brauche nicht irgendwo hochklettern. Hier war ich doch schon so oft, das haben wir noch nicht gecheckt, ich denke mal ich muss das Bild begutachten, hier kann ich meinen Pfeil anzünden, Wasser, Fluss, Bäume, sieht aus wie da drüben oder? Ich würde sagen, das sieht aus wie das da drüben, jetzt schwirr mich da mal rüber, in der Hoffnung was zu finden. So töten die eigentlich einen Hirsch und dann essen die den nicht. Oh ja! Hier sehe ich Tiere. Was ist das hier? Ah, schickrücken sie das. Sterben die? Ah, es war dumm von mir, ich habe sie einfach aus dem Wasser holen können. Komm schon, das langweilt mich. Diese Jägerverstecke. Geh mir auf die Nerven, was ist da? Ich bin jetzt ein bisschen Bueno. Das ist einfach. Beste, was ich alleine? Das ist ohne Scheiß. Dieses fucking Jägerversteck. Eins und zwei und drei. Das kann doch nicht so schwer sein, so ein verdammtes Versteck zu finden. Das kann doch nicht so schwer sein, so ein verdammtes Versteck zu finden. Ich wollte da gar nicht runterfallen. Ich gehe nochmal hoch. Wrong screenshot davon, verdammt. Aber da ist das Ufer, da sind ein paar Bäume, aber wo ist der Schatz da? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Da ist dieser Scheiß Beutel, der ist hier im Versteck. Da ist jetzt dieser Beutel, da drehe ich mich tierisch auf. Süd-Purpur-Blatt. Ohne Scheiß glaube ich google das einfach. Und ich checke es nicht. Ohne Scheiß, ich bin zu dumm dafür. Was steht da? Untersucht die Höhlenmüllerei, um seltene Rohrstoffe in der Nähe zu finden. Scheiß eigentlich auf diese Rohrstoffe. Aber ich will, dass es von der Map verschwindet. Na ja, gehen wir da runter, machen wir die Mission. Ist mir jetzt egal. Ist mir egal. Egal. Das geht mir auf die Nerven, weil ich zu dumm dafür bin. Schauen wir mal. Ein Säbelzantiger brauche ich glaube ich auch noch. Yo. Ein Großhauter Elch. Ein paar Bäumchen, ein paar Äste meine ich. Ein paar Äste meine ich kumpelsen, woher ich ja. Oh mein! Mann! Okay, an diesem Baumstumpf stehen weitere Informationen für mich. Schließt sich Jemers Jäger an, um ein mächtiges Mammut zu erlegen. Alles klar. Da ist eine Maske, die brauche ich. 32 Hartholz. Ein mächtiges Mammut. Ein paar Dinge ins Gesicht. Fange ich ab. Bin ich mal gespannt. Vorher steht schon einer. So, freund, freund, glück gehabt. Das ist jetzt ein Headshot gehabt. Mammut. Hallo. Taka, Mammut ganz nah. Find und führ das her. Dann jagen wir gemeinsam. Kommen wir doch gerade her, da war kein Mammut. Ah, da hinten ist es. Oh, nicht schlecht. Bist du ready? Machen wir jetzt zu zweit? Lauf! Alter! Alter! Lauf! Lauf! Bleib nicht stehen, lauf! Alter, meine Katze gekillt. Das killt an mich gleich. Ja. Nein. Du warst zauern. Boah, leck. Boah, leck! Boah, leck! Boah, leck! Boah, leck! Boah, leck! Boah, leck! Lauf! Hör halt auf! Das Rennen war den Zaun um. Ist zwar realistisch, aber trotzdem scheiße. Scheiße. Erlege das Mammut. Oh, nein, oh, nein. Boah, leck! Boah, leck! Hör halt auf! Ich kletter da jetzt irgendwo in die Wand hoch. In der Hoffnung, es kommt da nicht hoch. Das wäre dann nämlich easy. Das ist jetzt der Plan. Ich kletter da nicht. Ich kletter irgendeine Wand hoch. Wand hoch! Lass mich da hoch! Ja, du Schwein. Ich kletter das Rennen. Ich hab mein Dorfbewohner einen Hedgehofen angegeben Nein! Boah, leck! Vor allem, wie ich einfach einen Dorfbewohner bekomme Ich stecke jetzt beim Mammut fest Sehr gut Nicht irgendwie häuten Ah, da Ein paar Sperre oder so Ich hab mein Dorfbewohner Wahh!